Nice to recordin Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch in Österreich unterwegs. Das letzte Video habt ihr schon gesehen, da habe ich meinen PB gefangen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall mal aus. Wir sind jetzt so eine Stunde ungefähr weiter gefahren. Hinter der Kamera ist immer noch der Basti und jetzt sind wir an dem coolen Gewässer, wo ich letztes Jahr auch schon war. Hier darf man nicht angeln, aber hier gibt es eine richtig geile Location. Hier kann man Karpfen aus der Hand füttern. Die sind hier richtig dressiert drauf, dass die hier am Ufer fressen. Die werden hier vom Besitzer jedes Mal mit Brot gefüttert und da sind wir heute und machen jetzt ein paar richtig coole Aufnahmen, füttern ein bisschen die Karpfen mit Brot. Wir haben einen ganzen Eimer voll altes Brot dabei, auch ein paar Tigernüsse. Vielleicht setzen wir auch die GoPro unter Wasser. Das sind auf jeden Fall richtig geile Aufnahmen und wir sind gespannt, was wir so an Fischen sehen. Hier sind auch ein paar richtig Dicke unterwegs. So, wir werden jetzt dann auf jeden Fall auch mal direkt mit der Drohne fliegen. Das sieht von oben auch richtig, richtig geil aus, wie die Karpfen hier eskalieren. Und später werde ich auch mal tauchen gehen und ein bisschen Tigernüsse vor der Camp füttern. Wie man schon sieht, sie sind da. So, wir werden jetzt auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall. Musik Wir haben hier jetzt ein ganzes Milchbrötchen und die fressen die einfach komplett weg aus der Hand. Also die saugen das komplett weg. Das probieren wir jetzt nochmal aus. Der Fisch vor mir hat locker 20 Kilo. Boah, was für eine Power! Es ist unbeschreiblich, wie krass stark die Fische das einsaugen. So eine Situation hat man nie beim Angeln, glaube ich. Dass die so aktiv und ohne Scheu an einen rankommen. Ich glaube, jeder kennt das von euch, dass das nie so sein wird. Hier ist es schon ein gewisses Phänomen. Es ist so krank. Hier sind so viele Fische. Die haben alle zwischen 10 und 15 Kilo. Hier schwimmt ein Zeiler. Es ist wie ein Aquarium hier. Es ist verrückt, wie die sofort dieses Brot anbissieren. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Die Böden Musik Wir erzeugen jetzt hier einen kleinen Fressrausch. Wir hauen jetzt mal ein bisschen mehr Brot rein. Mal gucken, wie es jetzt hier gleich abgeht. Ja, das war es schon mit dem kurzen Bonus-Video. Wir haben die Fische fett gefüttert auf jeden Fall. Wir fahren jetzt weiter zum Angeln. Das seht ihr aber natürlich im nächsten Video. Also wie immer abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr jetzt die komplette Aufnahme von der GoPro in kompletter Länge sehen wollt, das sind so 10 bis 20 Minuten ungefähr, findet ihr jetzt einfach am Ende des Videos. Oh. Ja. Ah. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020